Willkommen zu Hardschool Games Vol. 6, diesmal mit Grand Theft Auto 1, ja, wie versprochen, und zwar etwas später, aber wie versprochen, wir steigen ein und genießen die Grafik. Leider wieder nur in Englisch, aber naja, was gut dabei geht ja auch schon für schnell. Wir fahren hier zuerst. Hier kennt man aber die Grundrisse von Liberty City, wie es dann bei GTA... Äh, Liberty City hieß das ja, und zwar ist ja Liberty City. Ist die Stadt eigentlich fast so nachgebaut worden. So, hier ist... Jetzt haben wir von der Haines Angels ein Hupferrad geklaut. Jetzt bin ich runtergefallen von diesem Motorrad. Jetzt steck ich wieder auf. Jetzt bin ich wieder runtergefallen, und ach, ich komm wieder steuern. Ach so! Ach! Ach! Ja, ich kann das. Das ist schon eine O2, ich glaube. Oh, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich finde es nicht gut. Oh, sorry, ich hatte es. Ich bin der Alon-Pasen. 14 in south west island city 45 in 24 in west island city 45 in 14 in west island city 16 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 Ja, aber mit GTA 2 wurde die Grafiker auch schon bemerkt. Ich muss mal schauen. Ja, bei den neuen Spielen konnte man sich gegebenenfalls ja mal vor den Bullen retten. Ja, geht das ja gar nicht. Die Bullen sich ja immer an, denn da bist du verhaftet. Ich komme auch mit dieser Steuerung nicht mehr zurecht. Ich muss mal mit dieser Steuerung nicht mehr zurecht. Ich muss mal mit dieser Steuerung nicht mehr zurecht. Na Wir haben eine 10-28 in South-West-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-West-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-West-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-West-Serie. Wir haben eine 10-14 in South-West-Serie. Ich weiß nicht wo mich der Pfeil hinführen soll Und wieder da über die Röhre Ich weiß nicht, ich weiß nicht Tja, und so laufen wir durch die Straßen dieser hessischen Stadt. Tja, wie gesagt, GTA 1 ist nicht so wie London, ist anders als 2 und ja. Was soll man hier großartig sagen, ich komme in das Spiel nicht mehr zurecht, aber für alle anderen, die es sich noch zulegen wollen, schau mal bei Amazon vorbei, das Gerichter für Apple und ein Ei hinterhergeschmissen und unter Windows 7 einfach einstellen mit dir, so unter Windows 5 und 9 schläft und schon darfst du da eigentlich kein Problem mehr dran sein. Und immer schön dran denken, ihr könnt nicht schwimmen. Gut, bis dann, haut rein.